So, das ist eine Testaufnahme. Hier soll nicht viel gesprochen werden, sondern einfach... Ob hier alles so funktioniert, wie es soll. Neue Grafentage. Ja, aber man kann schon mal sagen, es läuft flüssig. Warum ich jetzt hier im Menü... Wenn ich hier die Bildrate habe, ist mir jetzt absolut schleierhaft, aber... Darum soll es jetzt mal nicht gehen. Aber wie viel Geld habe ich denn nicht genug? Warte, ich werde das sehen. Okay. Das ist einer der Steine. Das ist eine Verwanderung. Das ist eine Verwanderung. Das ist eine Verwanderung. We have taken objective Charlie we have lost objective Freddie we have lost objective Charlie we have taken objective we have done I feel like they have still stress, at least a little You can have a charge, some enemy soldiers I have all the way to reach I am with the enemy soldiers I am with the enemy soldiers I am with the enemy soldiers Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach, ich hätte nicht rausgehen sollen. Oh, da ist einer von uns. Ne, ist kein Medic da. Da kann man sich nicht... Da kann man sich nicht rausholen. Ja, gucken wir mal, was wir mit dem machen können. Vielleicht ist mit einer höheren Bildrate da mehr zu machen. First aid, boy! Oh, cheers, Verracht! Cheers, Verracht! Aber noch ein C ist immer noch ein bisschen stressig. Das sind eine Muscat! Das macht's auch viel Munition. Was war denn das jetzt? Was war denn da, mein Ding? Was war das jetzt, mein... Alle, ernst! Das ist freundliches Gas. Ne Haus war, was wir haben? Was war der Geteber, wollen wir mit uns? Voll mit diabetic Toth. Tops... Die mit dem Bursach warum? Wir sind gelabetes von Bursach. Was ich gar nicht so schnell ein paar Bursach? ... Auf geht's dich. die haben bei mir nicht gecharget, die kann ich nicht mehr wieder da legen ich hab vorhin nichts mehr aussehen gehen wir erstmal hier rein ein bisschen ungüttlich da ist oh shit, da ist Feuer mein Kollege hat nichts dagegen getan ich weiß nicht, vielleicht sollte ich damit zuerst vielleicht angepackt, oder so die hat mir nicht gegriffen Objektiv charge Wo er getroffen hat Blödes Ding Ja, das ist der Pfeiffer Wir verlieren Objektiv Duff Da habe ich gedacht, ich könnte mit meinen Paar HP noch überleben Aber war wohl nicht so Bei D ist der absolute Selbstmord gerade momentan Knapp vorbei Look up, bomber We have taken objective Freddy Ouch Ich brauche einen Medik Nö, nö Sie haben mich Ich brauche ihn Stopp und pack mich ab Ach so ein Scheiß Oh, er hat schon drei Servicester Ich brauche das Ja, bei dem kann man nicht spawnen Marksman Eigentlich bräuchte er die Optical Variante Oh Oh shit We have lost objective butter What is the enemy? Over there, an enemy tank Junge Junge, wir nehmen eh einen Anahe das verdienen Zum Beispiel Ja, mach so nix, drei Leute sind ein bisschen zu viel. Dann brauchst du andere Sachen, dann brauchst du sowas hier. Ja, langsam wird knapp, ne? Ach so, ich hab schon. Ah, shit. Schreiber von hinten. Wir haben das Objektive verloren, Freddy. Objektive, dass du von den Eneminnen schießt, muss ich sagen. Ach so, die Runde ist schon zu Ende. Da war die Runde schon zu Ende bevor sie überhaupt zu Ende war. Macht voll viel Sinn und so. Jetzt kommt das Connection-Problem raus. What daddy support? Fake ponder. Okay, Battletrop interessiert mich nicht. Ich will raus. Weil wir wissen ja wie lange dieser Knopf hält. Und zwar keine fünf Sekunden. Und ich hoffe diese Aufnahme war erfolgreich. Wenn sie erfolgreich war, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Hat immer noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Aber der limitierende Faktor war wahrscheinlich meine CPU. Und nicht die Grafikkarte. Weil die Grafikkarte ist jetzt eine GTX 1070. Wenn dies nicht packt. Äh, der 1080 ist nicht so viel besser. Deswegen, danke fürs Zuschauen. Operation DarkSide out.